Musik Herzlich Willkommen zum Laternenfest 2015 hier in der Turnhalle der 116. Oberschule. Wir werden heute Abend traditionelle chinesische Kampfkunst von verschiedenen Schulen gezeigt bekommen. Musik 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 Das ist ein slapping hand. Dann geht ein Schlag zum Hals. Dann kommt eine Faktsau oder ein Fauststoß. Jetzt kommt es runter. Dann kommt eine Kausau. Dann kommt ein Charmsau, eine Spatenhand. Dann geht es direkt an der Wildsuche oder etwas anderes. Schön, vielleicht auch heute das Frühstück. Auf der anderen Seite meint es auch. Ja Fragen. Das war's. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.